Möchte Laura Maria Rippa, 26, ihren Fans etwas sagen? Im Juni platzte die Liebesbombe, Pietro Lombardi, 30, und die Influencerin verkündeten, dass sie wieder ein Paar sind. Nach der Bekanntgabe zeigen sich die Totteldauben verliebt wie eh und je und lassen ihre Follower an ihrem Glück teilhaben. Erst vergangene Woche teilte die Beauty ein niedliches Video mit dem Sänger. Doch jetzt heizt sie mit einem neuen Clip die Gerüchteküche ein. In ihrer Instagram-Story präsentierte Laura ihre tolle Haarpracht. Doch in dem Video stach nicht nur die Wallemänner der 26-Jährigen ins Auge. Folgendes Detail blieb nicht unbemerkt, im Hintergrund sieht man ein Schwangerschaftsöl auf dem Tisch. Das Pflegepräparat soll die Haut vor körperlichen Veränderungen in der Schwangerschaft schützen. Das Öl wird verwendet, um den Nungsstreifen vorzubeugen und die Haut vor dem Ausdrucknen zu schützen. Für Pietro wäre es nicht das erste Kind. Mit seiner Ex-Frau Sarah Engels, 29, hat er bereits Söhnchen Alessio, 7. Vor einigen Wochen verkündete er, dass Laura und sein Nachwuchs ein gutes Verhältnis haben. Die beiden verstehen sich super, das macht mich glücklich, verrät der Phänomenal-Interpret in seiner Instagram-Story. Tipps für Promiflash Einfach E-Mail an, tipps at promiflash D 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 Untertitelung des ZDF, 2020